Der Feuerwehr-Einsatz Wir sind morgen um 6 Uhr auch erst wieder zum Köln gekommen. Du hast doch wieder gefilmt. Das wird jetzt in Sicherheit beleuchtet. Dann gehen irgendwann die Kriminalpolizei ran. Dann geht die Flüchtlingszahlen wieder zum Hof ran. Dann geht die Flüchtlingszahlen wieder zum Köln. Dann geht die Flüchtlingszahlen wieder.